Musik 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 Endlich hat das Warten ein Ende. Endlich heißt es wieder, selbstgemachte Kostüme, kreative Choreografien und atemberaubende Bilder. Vier ganze Jahre hat man auf die große Show warten müssen, doch nun ist es endlich soweit. Bühne frei für die unendliche Geschichte, die 13. Show der schrillen Schwulen. Es ist wirklich kaum zu passen, aber ich freue mich wirklich sehr und ich glaube, die Zuschauer sehen heute ein schönes Programm. Die Tanzabteilung des TUS Neukölln darf endlich aufhören, was sie seit 2019 einstudiert haben. Groß und klein, jung und alt, jeder ist dabei. Musik Man kann sich auf jeden Fall auf sehr viel Vielfalt freuen und dass von drei bis über 60-Jährige einfach Spaß haben und was vorführen. Und so beginnt eine wahre Rundreise. Hip-Hop, Jive oder ein Irish Jig. Dabei geht es einmal quer durch die bunte Welt von Disney und der schrillen Schwulen selbst. Es wird laut, bunt und vor allem vielfältig. Genau, wir haben es unendliche Geschichten genannt, weil wir es in Verbindung mit unserer Trainerin Moni gesetzt haben und wir ihre Showtänze von damals mit aufgebaut nochmal haben, um die heute auch nochmal zu zeigen. Denn ohne Monika Winkelmann würde es die schrillen Schwulen gar nicht geben. Sie hat die Gruppe 1993 gegründet. Anfang des Jahres ist sie verstorben, doch ihre Choreografien leben weiter. Von Klassikern wie Aladdin, Mulan oder Mary Poppins geht es zu Eigenkreationen wie The Wall, It's Raining Man und dem Frosch-Tanz. Insgesamt 120 Tänzerinnen und Tänzer sind beteiligt, die so die Geschichte unendlich machen. Für manche ist es die erste Aufführung. Es ist überraschend familiär, auch wenn wir noch gar nicht so lange dabei sind, fühlt sich das an, als ob wir unser Leben lang nichts anderes gemacht haben. Zum Ende wird es dann aber doch nochmal emotional, wenn Monika Winkelmann zu den Klängen von John Miles' Music gebührend geehrt wird. Das Finale eben war sehr emotional, aber es hat wirklich Spaß gemacht und es fällt alles ein bisschen ab jetzt. Also wirklich gut. Verschiedene Tänze, vielfältige Gruppen und eine gemeinsame Leidenschaft. Das ist die 13. Show der Tanzabteilung des TUS Neukölln. Ganz getreu dem Motto, was lange währt, wird endlich gut und für immer in Erinnerung bleiben.